Es schneit, es schneit, es ist so weit, es schneit, denn es will auf Erden wieder Winter werden, es schneit. Schau mich nicht so an. Wenn es dich friert, dann werfe ich meinen Mantel um dich. Ich bin die Königin der Kälte, die Majestät in Weiß, die Alteste wie ein Greis und schön ist wie der junge Morgen, die Herrscherin aus Eis, die Herrscherin aus Eis, die Schöne-Königin. Ich will dich freilassen, Bär, wenn du Gerda nach Lappland bringst. Nichts lieber als das, ganz bestimmt werde ich die Deutin geleiten. Ich danke dir, liebes Räubermädchen. Ich danke dir, dass du mir die Augen geöffnet hast. Du wirst sehen, alles andere wirst du finden, ich weiß es ganz genau. Lappland, 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 das Tagezimmer ablandt. Das ist unser schönes Lappland, das schönste auf der Welt. Seit wann können Tannenbäume sprechen? Oh, du fragst die Schwalben, ob sie wissen, wo Kai geblieben ist. Aber du wunderst dich, dass Tannenbäume sprechen können? Natürlich kann ich sprechen. Und wie kommt das? Ich war in der Walddorfschule. Bitte? Er weiß immer noch, was Liebe ist. Oh, grauenhaft. Dann wollen wir ihm das mal austreiben. Ach, Liebe, ekelhaft. Da geht einem ja der ganze Hass verloren. Heute beginnt die Ewigkeit, das Ende aller Stunden. Und im Zeitalter der Eiseskeit wird Gutes überwunden. Treue, Liebe, lächerlich, auf Freude wird verbannt. Heute entsteht unweigerlich ein ganz neues Land. Dass morgen schon die Welt sein kann, steht auf und seid bereit. Willkommen, willkommen, willkommen in der Eiseszeit. Kai, endlich hab ich dich gefunden. Gerda, Gerda, ich erinnere mich wieder. Unser Zuhause, die Rosen. Wo bist du noch lange gewesen? Ganz nah bei dir, Kai. Immer ganz nah. Nimm's mal positiv. Mit nem Lächeln im Gesicht. Nimm's mal positiv. Denn so schlimm ist das nicht. Ein Gäder sollte Optimist sein. Wer das will, der kann's. Dabei haben's manche wirklich schwer. Denk an die Weihnachtsgans. Verstehst du, was ich meine? Es ist alles relativ. Also hoffen, glauben, lächeln. Und nimm's mal positiv. Und jetzt alle! Nimm's mal positiv. Mit nem Lächeln im Gesicht. Lauter! Nimm's mal positiv. Holger! SchTeeu' 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 Untertitelung des ZDF, 2020